Warum seid ihr alle so schlecht? Gute Frage, Hobby King. Alles maul. Achtung, das folgende Video handelt von drei behinderten Agro-Kindern. Wer dem Druck dieser absoluten Dummheit nicht standhält, sollte jetzt wegschalten. Komm bitte in den Stimmenschein. Was hast du gesagt? Du dein Maul mit deiner komischen Stimme. Orke, deine Stimme ist bestimmt komischer. Sie ist viel zu hoch, bist du weiblich? Ihr seid beide echt jung. Wie alt seid ihr überhaupt? Seid ihr 18? Nee, der tut so auf YouTube-Dings. Der wird auch an YouTube einfach so unbedingt. Oh fuck. Oh, schlecht, schlecht. Sagt der mit 1 zu 3. Ja, ich spiel wenigstens mit Messern, ne? Dümmste Begründung aller Zeiten. Orke, wie viele Haare hast du schon am Sack? 1 oder 2. Ja, mehr als du, weil du hast ja gar keinen. Das denke ich nicht. Du bist richtig schlecht, also halt dein Mund. Ich hab vergessen, du bist ein Dummer. Du bist einfach nur schlecht. Du hast 1 zu 4. So, Hinspaß, der hat 2 zu 4 und ich hab 2 zu 4. Ja, du hast auch nicht gerade mehr, ne? Keine Borde. Alter, halt die Fresse, du kleiner Bork. Ins Bord, vom B-Bord. Knie nicht runter. Jetzt sind wir rausgeflogen. Nur wegen Borka. Ja, nur wegen deiner, ach, nur wegen deiner Mutter. Nächstens hab ich einer. Borka 0 zu 2. Du bist nicht sonderlich gut in Black Ops 2. Schau dich an, dann könnten wir weiter reden. Der Herz guckt mich wieder weg. Der Herz guckt mich wieder weg. Und weg, und weg, und weg wie so ein Nieder auf dem Bett. Zortic Bass, du schreibst Frotz in deinen Klantag, obwohl du noch nie eine gesehen hast. Haha, sagst du, du kennst mich nicht mehr, also sei mal lieber ruhig. Deine Stimme sagt alles. Borka hat seinen ersten Kill. Ja, ich glaub, er hat's Kill. Oder auch nicht. Heartscope. Heartscope ist, wenn man drei Sekunden lang im Scope war, und es waren zwei. Ich spiele in der Lobby und treffe Hurens Höhne. Und dann auch gleich drei. Warum redest du immer über deine Mutter, dein Vater und dich? Versteht sowas nicht? Ich hab doch deine Familie beleidigt. Was willst du noch von mir? Warum machst du das mir so schwer? So dick bass, mach lieber noch ein paar Kills. Oh, Wiking, mach ein paar Kills, bitte. Dankeschön. Wie kann auch eine Liegestütze, fällst du schon zusammen? Nach Sunday, deine beiden, sie ist wahrscheinlich erst drei Jahre alt. Sie fährt die Kassmein. Und die Stimme ist tiefer. Hast du gewusst, du bist so schlecht wie deine Ma im Bett? Aber hat es jetzt eine Antwort darauf? Weißt du, was das Schlimme ist? Dein Vater war nicht gut genug. Für deine Mutter darum heißt es ja, umso länger der Sex, umso schöner das Kind. Aber bei dir hat es wahrscheinlich... ...verbraucht. Logisch kriege ich von deiner Stimme Kopfschmerzen. Alter, deine Mutter blühtet schon aus den Ohren wegen dir. Lach wie ein Mensch. Wiking, was ist los? 0 zu 4. Geh und trink dein erstes Bier. Dann klapp's vielleicht auch mal mit dem Rotpunkt-Visier. Es folgt ein harter Konter. Man versteht dich nicht. Mach deine normale Stimme rein, okay? Oder ist es deine normale Stimme? So behindert wie du ist, glaube ich's dir. Ich hab einfach 6.000 Leuten gezeigt, wie behindert ihr seid. Geil-O-Matico. 6.000 Leute. Wer hat dir zuguckt, ist genau deine Mutter. Ja, Mann. Leute, schreibt uns alle eine Nachricht. Komm. Komm, wie heißt es auf YouTube? Die Blamage ist schon groß genug, dass ihr euch so selbst blamiert habt, ihr kleinen Kinder. Ja, du hast dich gerade vor 10.000 Abonnenten blamiert, ja. Der Kommi ist an ihn, dass er ein Lappen hält. Bitte werdet erwachsen. Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Erwachsen, sagst du. Du mit deiner Baustürn. Sag deinem Hamster, das war schneller im Laufrad-Rennen. Ich hab kein Hamster. Exotic Base. Viel Glück noch bei deinem Stimmbruch. Ja, bestimmt. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.